Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, mit dabei ist heute der liebe S-K-Show. Hi, sagst sie wird. Beruhig dich Tobi und der liebe Schmocki. Hallo. Schmocki, geht's dir gut? Ja. Okay, Leute, wir haben heute eine Mission. Was denn? Leute, wir werden heute gemeinsam ein tröhranisches Pferd bauen. Und zwar habe ich einen Bauplan da oben in meinen Schädel drin reingemacht. Und wir werden gleich mal gucken, ob wir das auch so hinbekommen. Eigentlich ist es sehr, sehr simpel umzusetzen, überhaupt nicht schwer. Ich bin mal gespannt, ob wir das trotzdem hinbekommen, so wie ich mir das vorstelle. Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Holz, ein bisschen Ruhe und vor allen Dingen keine Gegner. Deshalb werden wir mal gucken, ob wir droppen. Ich tendiere ja zu Moisty Meier oder Whaling Woods. Ich würde jetzt fast schon sagen, Whaling Woods ist ein... Whaling Woods werden mehr Leute sein. Also das hat mehr Holz, oder? Wobei... Nee, Moisty Meier ist viel kranker. Okay, Tobi, was sagst du dazu? Holz wollen wir haben. Holz. Ja, gut, dass du dabei bist, Tobi. Nächstes Mal nimmst du dann doch wieder mit Schmocki auf. Es wird wieder groß gebaut und ich bin mal gespannt, ob ihr eventuell noch andere Ideen habt. Das übrigens kommt aus den Kommentaren, meine Freunde, mit dem du gar nicht gefährt. Dementsprechend, ich habe das für Original-Kommentare leider nicht mehr gefunden. Könnt ihr, wie gesagt, gerne wieder in die Kommentare schreiben, was wir dann sonst noch so tun sollen. Natürlich versuchen wir am Ende noch an dieser Runde einen Wind zu holen. Wenn nicht, hängen wir noch eine Runde mit Win hinten dran, meine Freunde. Ihr kennt das, ja. Die Kills, die Wins fliegen uns momentan einfach zu. Und ich bin extrem gehypt auf dieses wunderbare Video mit euch. Ich würde sagen, wir landen jetzt einfach trotzdem mal vorne bei den Filmstudios, damit wir auf jeden Fall Waffen haben. Eliminieren kurz die Gegner weg, farben das Holz und fangen dann direkt an zu bauen, oder Junge? Oh, hier sind eins, zwei, drei. Ich kann nicht zählen. Bei mir, Gegner. Ganz close bei mir. Ja. Haben wir da mit Piss-Visit? Nochmal. Ja. Schöner Hit von ihm wieder. Oh, wir sind sogar an der Zone. Ja, ist doch perfekt, Leute. Tobi, geht's dir gut? Ah, hier war ich kein... Echt? Bei mir auch. Er ist so wild, Harlow. Sorry, ne? Habe ihn knockt. Achso, das war ein ganz anderer. Ich muss kurz das ausprobieren. So, Achtung, los geht's. Wo ist er hingeflogen? Äh, ich habe ihn damit gefinisht. Ey, warte mal, was war das? Ja, mit der Falle habe ich ihn halt gefinisht, Digga. Welche, die neue? Was? Jungs, bei mir, bei mir. Wo denn? Oh, oh. Okay, nein. Nein, finischt er dich? Er ist tot, ich habe ihn. Er ist tot. Nice, Digga. Wie geht eigentlich ein Trojanisches Pferd? Ja, genau. Das gucken wir jetzt erstmal, Leute. Denn wir sammeln jetzt erstmal eine Menge, Menge Holz, Leute. Und dann würde ich sagen, können wir uns auch quasi schon direkt dieser Löwenaufgabe widmen. Denn wir brauchen eine Menge, Menge Holz. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern nicht nur eine Menge. Tobi, bitte. Wir bauen ein Trojanisches Pferd, kein Löwen, ja? Nicht, dass du das wieder missverstehst. Pass mal auf, ich fange schon mal an zu bauen und ihr könnt mir ja da Holz liefern. Hast du einen Plan? Ich habe einen Plan im Kopf, ja, tatsächlich. Pass auf, wir fangen jetzt hier einfach einfach mal an. Ja, hier ist schön. Hier ist echt schön. Ja, lass machen. Okay, pass auf. Sollen wir dir einfach das Holz geben und du baustest? Ja, ja, ja. Ich lege hier auch meinen Sinn. Ich fahre uns so lange weiter. Yo, was hast du das schon gebaut? Review Master Builders Mode. Boah, es wird echt schwierig, Digga. Es wird wirklich schwierig, das so umzusetzen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich glaube, das ist machbar. Bau gegen die Zeit, ne? Ja, ja, alles gut. Weil du hast jetzt noch 20 Sekunden, bis wir wissen, wo die nächste Borde ist. Und dann noch zwei Minuten irgendwas, bis wir wissen... Okay, ihr könnt schon mal so Beine bauen, wie ich das hier gerade gemacht habe. Yo, meinst du, ist ein bisschen groß? Das hier soll noch ein Bein werden, hier, wo ich bin. Ja. Einfach hier so Beine hinbauen. Genau. Guck so. Ja, so wie ich es halt auch gemacht habe. Ich baute einfach halt diese Säule nach oben. Besser nicht. Irgendwie glaube ich, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Nein, 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 du schaffst das schon. 12 Sekunden später. Und links hier auch noch was. Nein, 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 nein. Was ist das denn da? Hey, ich frag dich extra. Digga, ich hab doch nicht geguckt, Mann. Kannst du... Tobi, was ist das denn? Wo macht dieses Ding... Wo macht das Sinn? Mach das da weg. Bau das auf die andere Seite, Mann. Da, wo es hingehört. Ja, ganz am Ende willst du das andere Bein haben? Ja, ja, genau, genau. So, Leute, komm, weiter, 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 weiter. Okay, Leute, wir schaffen das. Kommt. Ist ja jetzt schwer hier hochzukommen. So, ne, kommt in 50 Sekunden. Ja, sieht eigentlich ganz nett aus. Muss man sagen, ja. Wir kommen jetzt nicht mehr hoch, ohne dass es dann hässlich... Hä, hier sieht eh schon aus wie ein Pferd. Echt jetzt? Ich baue mich mal hier hoch und schaust mir an. Also, tatsächlich sieht es wirklich aus wie ein Pferd hier. Ich kann hier eine Aussichtsplattform bauen. War ein bisschen traurig und abgemagertes Pferd, aber es ist ein Pferd. Ja, ist doch saugut geworden. Ja, der Kopf. Ich hätte jetzt nie was so hinbekommen, wenn ich das so groß gemacht hätte. Ja, nice, Leute. Wir haben es geschafft. Rian, ist das Pferd, Alter. Korrekt? Und jetzt gehen wir da rein und stürmen... Gar nichts, weil wir müssen jetzt vor der Tour. Jetzt holen wir die Runde. So, und jetzt holen wir die Runde, Alter. Okay, Leute. Bauchallenge ist bestanden. Easy, Leute. Easy, easy, easy. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz neat aus, Leute. Ihr könnt uns auf jeden Fall gerne noch andere Kommentare schreiben. Und, ja, also, natürlich kann man andere Kommentare schreiben. Also, halt gerne andere Vorschläge senden. Also, Jungs, lass mal noch ein paar Gegner suchen. Wir sind zu dritt, ne? Wir müssen das auf jeden Fall jetzt gegen den Squad ziehen. Das ist gar nicht so einfach. Hier vorne Schüsse Richtung W. Ah, da vorne laufen die Gegner. Die sind aber ausreichend der Border. Würde die nicht pushen. Hab einer Fuß gittet, lol. Oh, der hat schon einen Fallenhit abgekommen. Von links, von links, von links. Ja, moin, Digga. Ich bin direkt in den Toppen. T-T-T-A-S! Woo! D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Tobi, beruhig dich, okay? Ben! Na, oben, bei dir oben. Ich bin so gut getroffen. Hab ihn übel gelasert, Vivi. At low. Was? Achtung, Achtung, der Pushtiner. Nein, er hat mich. Drive. Nein. Oh, schön. Oh. Hinter ist auch noch. Richtung 330. Oh, nice. Oh, der hat ulti. Hab 3, geht es? Hab 3, geht es? Minus 130. Hab einen Nock. Von Rick aufbauen. Amt gut. Boah, Digga, ich hab auch noch einen down hier. Fuck! Er kommt, er kommt. Tobi, über uns. Der f*** war für Tobi, der hat sich aufgezogen. Ja, ist bei uns. Ah, diese Ah. Nice gebaut. Schön, Junge. Er baut sich nur einen Weg. Digga, wenn ich jetzt das Zipidium finde, dann bin ich down, ne? Ah, Digga, na, moin, Digga. Hier vorne rechts von diesem Typ. Neun. Neun Schaden. Digga, neun Schaden, Alter. Digga, wie kann das denn sein mit einer blauen Pamm? Über mir, über mir, über. Ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche Hilfe. Ich habe keine Waffe, ne? Was ist eure Falle? In der Garage. Der Mate, der Mate, der Mate um die Ecke hier. Nein! Puh! Er hat einen Hit, zwei Hits. Drei Hits, vier Hits. Oh, schön. Alter, habt ihr die Hit? Einer knockt im Busch, lol. Hinter euch pushen Gegner. Die Ziegelstatt-Depo, fein ausgehen. Ich rette Tobi, okay. Wir betteln die. Headshot! Double Kill! Triple Kill! Dominion! Hab alle vier, hab alle vier, Alter. Komm, schnell, komm, schnell. Komm, Digga, der hat ein HP. Die Hipser hat ein HP. Bitte, fisch auf die. Ja, ja, ja. Ein Shot. Hab sie. Sag ich doch. Ich bin Locked. Er hat minus 33 ohne Schild. Jungs, den habt ihr. Hinterm Baum. Nein, schmocki. Er hat 60 HP nur noch, ohne Schild. Das ist ultra gut. Er sitzt unter der Fläche, da baut sich jetzt eine Treppe. Achtung, auf der Treppe über dir. Nein. Nein! Der f***, der sch***, Mann! 10 HP. 10 HP! F*** deine Mutter, ich wünsche dir, der f***, der f***e! Hauf nicht, f*** deine Mutter, die f***, die dumme Ruhe! So, Leute, Runde Nummer 6. Wir gehen jetzt jetzt spannender runter, aber da spielen jetzt eine sehr passive Runde und versuchen jetzt einfach irgendwie einen Win zu bekommen. Und dann nehme ich weiter, Leute, wir nehmen jetzt echt mit dieser Zeit zwei Stunden auf. Zwei Stunden auf. Zwei Stunden auf. Gegner vor mir. Ist down. Let's up. Ey, jetzt ohne Witz, Gegner von uns, 285. Ist der da drin? Äh, nee. So, das hast du davon. Ich hab dich nämlich umgebracht mit meiner Waffe. Da, noch ein Gegner. N-O. Wer hat die auf uns zu leid? Gegner hinten links, Gegner hinten links. Ey, auf dem blauen Haus. Ich brauche mich auch ein. So, den habe ich jetzt. Okay, Leute, jetzt geht's am Pleasant Park down. Wir geben da oben jetzt auf den High Ground und dann gewinnen wir das. Was ist das hier an dem Fußballplatz? Digga. Mach neue Challenge. Sch*** deine jetzt, Trojanisches Kerst. Ich hab ihm vier Shotgun-Hits gegeben. Die meisten Festringer auf einem Feld. Hallo. Digga, was ist denn das, Alter? Die vorliegen Pound hier oben noch weiter, ne? Die biegen auf uns. Ach man, die Möbel gegeben. Ich hab sowas noch nie gesehen. Digga, krieg ich ein Bigness bitte? Wie haben die so viele Portoforts? Die haben gehackt, Digga. Oh, ne? Nee, jetzt mal ohne Witz. Also jetzt wirklich. Ich glaube auch. Dann schieße ich die Festringer kaputt. Oh, meine Nerven, die, Alter! Jetzt ohne Witz, Jungs. Das geht gar nicht. So viele Portoforts kann man gar nicht finden. Einer ist unten rechts von denen am Zaun. Ja, hab ihn gesehen. Digga, ich glaube, echt, dass... Wir kriegen gleich so eine A-M-Bot-Stelle. Ja. Junge, das ist so weird, Alter. Hau dir das mal an, Digga! Ja, ich seh's gerade, ich seh's gerade. Das ist ein Safe-Hacker, Digga. Das ist ein Safe-Wirklich-Hacker. Das muss ja sein. Weil so viele Portoforts gibt's ja... Niemals. Du findest immer nur eine. Vielleicht gibt's auch irgendwie die Möglichkeit, das auch... Ich hab den Hitt hinter dem Recht. Ja, ich hab's gesehen. Sehr schöne Hitt. Rechts, äh, links Shopping-Card. Ja, hab's gesehen. Digga, warum trollen sie so rein? Die geben uns gleich eine A-M-Bot-Stelle, ich sag's dir. Ja, geben die auch, Digga. Die werden uns gleich so hart gehen. So gruselig, das Ding. Wir gehen über unsere Berge auch noch. Außen, 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 außen. Ja, wir sind jetzt ultra im Sandwich einfach. Wir haben wieder eine Porta-Port da hinten. Jungs, die haben noch eine da hinten. Hä? Schon wieder zwei Stück, ne? Ja. Digga, nein. Okay, 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 okay. Wir werden gerade hier weggecheatetet. Wir werden gerade weggecheatet. For real. Und rechts noch ein dickes Team. Seht ihr das? Ja, ja. Abhin, abhin. Tot. 217. Wir haben schon wieder eine Festung. Jungs, no hate. Aber die hacken. Sollen wir da hochjump hätten? Wäre eigentlich klug, oder? Ich hätte eins. Ich auch. Nach links oder nach rechts? Also vor uns. Ich würde nach rechts. Die rechts sind die, ne? Die schießen auch noch auf sich. Nicht so oft hinstellen. Digga, hast du ein Messer? Die haben schon wieder ein Forta-Port gebaut. Ja, hab ich doch gesagt. Ich hab noch 400. Ich hab noch 400. Die haben endlich, Jungs. Schau mal, die haben zwei gebaut. Die haben zwei gebaut. Digga, schon wieder, ja. Digga, die hacken 100%. Schon wieder eine, schon wieder eine. Was? Digga, 100% haben die irgendeine Duplikations-Packs. Das musst du an Epic schicken. Ohne Witz. Jetzt ohne Witz. Digga, nein. Also entweder ist es ein Bug. Nein, es ist, Digga. Aber ich glaube, es ist... Meinst du nicht, dass es ein Hack ist, Digga? Ich glaube eher, es ist ein Bug. Hacken ist sehr, sehr schwer in diesem Game. Die gehen hinten auf den Berg hier. Die gehen hier auf den Berg. Und sich hier Highgrounds. Die sind direkt vor mir. Die sind direkt Klaus vor mir. Ich überrasche den einen. Ich bin nicht überrascht. Oh, die Farben war es da. Pass auf, Digga. Der ist sicher gut. Digga, ey. Was? Was? Ab ihn. Oh mein Gott. Nice. Okay. Hier sind die anderen noch da oben. Tobi, lass mal bitte zusammen safe spielen, Mann. Digga, hier ist keine Fort-Support beim Loot. Keine einzige. Hä? Siehst du? Sie haben safe reingehackt. Sie haben safe gehackt, Digga. Das war ganz dummisch, Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh Gott, nein. Meine Pelskamp ist jetzt zum Ende hin. Immer wieder abgebrochen. Aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Eigentlich war es ganz für dieses Video, dass wir jetzt, wie gesagt, das Reanche fährt bauen. Das haben wir zwar geschafft, aber dass wir jetzt hier weggeschätzt worden sind, Leute. Das raubt mir jeden Verstand wirklich. Die kommen Jump-Bad. Ich habe noch Jump-Bad, aber wir können jetzt nicht weg. Was? Nein, Digga. Wie denn? Nein, Digga. Die werden rushen, ne? Ich kann dich nicht retten. Die Kämpfer gegen wen anders, glaube ich, oder? Schmocki, mach doch nichts. Hol doch Tobi hoch. Die Kämpfer gegen wen anders. Ja, okay, okay, okay. Krabbel. Alter. Krabbel, krabbel, krabbel. Tobi im Timeout, Tobi im Timeout. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich raste aus, Alter. Vor dir, vor dir, vor dir. Ja, habe ich gesehen. Rechts von dir, rechts von dir und links von dir auch noch ein Turm, ne? Meine Waffe ist leer. Sehr schön. Hast du noch Tränke? Nee. Bau, 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 bau. Sehr schön. Ja, Mann. Jackpack leer. Nein, 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 komm schon. Nein, nein, nein. Nein. Der letzte mit einem Kill, Digga. Guckt mal, Digga, mit seinem, mit seinem Lobtanz. Ey, ganz ehrlich, Leute, es reicht mir. Jetzt werden wir zweieinhalb Stunden aufgenommen. Ich habe keinen Bock mehr. Wir hatten gerade Hacker in der Runde. Mir reicht es einfach, Digga. Schmocky, well played, Digga. Sau nice gemacht. Mein Gott, Digga, wie konnte ich das choben? Manchmal soll es einfach nicht sein. Trojanich, das Pferd war eigentlich die Anzeige. Jetzt hatten wir Cheater bei uns im Game. Tobi hat einen Timeout, Leute. Es hat einfach nicht sein sollen. Es tut mir leid. Es gibt so Tage, macht es gut. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Schmocky und bei Tobi vorbei. Well, well played, Leute. Unmöglichste Situation heute. Neuner Shotgun-Hits wieder. Ich kriege einfach zu viel, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem Spaß gemacht, ey. Ich kann einfach nicht anders sagen, als dass es echt belastet ist, dass wir gerade weggeteatet worden sind. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.